Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Please... Someone! Come in! Puh, hab ich mich gerade erschrocken! Alter! Oh fuck ey! Open the goddamn door! Rate mal wer zum Essen kommt mit Chiefman, alles klar. Hallo Bjarne, wie geht es dir? Ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln. You shit fucking bastards! Open this door goddammit! I will not the goddamn door down! It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did goddammit! If you hadn't dragged your feet... Come on dad, now's not the time. You okay Clementine? They... They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee! Those Psychos have my family. And we're stuck in a damn meat locker! We gotta get the fuck out of here! This goddamn dumb sucker was the one who brought us here! Willst du all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. Can I help you? Sure honey. You keep your eyes open for exposed screws or loose panels. Anything we can pry away to open a passage out of here. Okay. There's more of us on the way! Meat. Let us out now! You don't want to live? That's not gonna help! You don't want to open the door! You don't want to open the door! We could climb up! You, you think I'm gonna open the door? But there's no way out through the ceiling! Not Clementine, no I want to chop people into meat! Not Clementine, no I want to here. Balletten. Could there be a hole behind these pallets? No such luck. Yeah... It was too good! They got Katja and Duck Lee! Those fuckers have my family! I know! We're gonna get out of here and find them! I'll break that damn door down! Dad! You can't get... Easy! Dad? No! Dad, come on! Dad! Oh God, he stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. Is he dead? He's not dead! Somebody help me! Fuck... If he's dead... He's not dead! You know what has to happen, Lee. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a six foot four, three hundred pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! We'll mourn him later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He's not dead! Maybe you're right. No! God damn it! My dad survived worse than this! Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on! We know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. God damn it, Lee. I need you! Please help me! Come on, Dad. Come on. Wake up. Wake up. Ich halte zu Kenny. Es tut mir leid. You're right, Kenny. Let's get this over. You fucking monsters! Both of you! I don't wanna see! I'm sorry, Lily. It's the only way. No, no, no! It's the only way. Get off me! Don't do this! No! No, no, no! Let go of me! No! Please! No! 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 God help us. I'm sorry. I know... Don't you fucking touch me! Clementine. Clem. You okay? Why? Why, Lee? Lily said he wasn't dead. He was dead, Clementine. But what if he wasn't? He was. I promise. I know. I know. But you gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else. Something hopeful. Like what? How about your walkie talkie? Those pretend talks with your mom and dad. Don't those make you feel better? Sometimes. We're gonna get out, right? You found a way out? I'm working on it. That's funny. You think maybe we were too fast? Only one important thing right now. Das ist jetzt gerade auch so meine Frage, waren wir vielleicht zu voreilig und er hätte sogar wirklich gelebt oder haben wir richtig gehandelt und der wäre als Beißer zurückgekommen und hätte vielleicht sogar noch Lily geputtert oder so. Das kann sein. Ich weiß nicht, dass du auch Kenny und mich auch. Aber er hat das, was er musste, damit wir alle leben können. Was? Er hat seine Familie und du hast Clementine. Ich habe nichts. Du hast mich mit nichts. Das stimmt doch nicht. Warum kannst du mich einfach alleine lassen? Ich bin sorry, Lily. Warum kannst du mich einfach alleine lassen? Ich bin sorry, Lily. Warum kannst du mich einfach alleine lassen? Ich meine, sie tun mir echt leid. Also, ne? Ich weiß ja nicht, ob es wirklich die richtige Entscheidung so war. Geh weg. Ich habe nur gesagt, du gehst, du gehst weg! Es sollte ein Luftflug hinter dieser Umgebung sein. Vielleicht groß genug, um einen von uns zu durchführen. Ich weiß nicht, Lee. Es scheint ein langer Schuss. Der Luftflug kommt aus? Ich denke, ich kann es wegnehmen. Wenn ich etwas rausgehe, um die Schuss zu entfernen. Das Multitool. Natürlich, sie haben es weggebracht. Vielleicht gibt es noch etwas anderes, was wir nutzen können. Ich habe eine Schuss. Eine Schuss wird nicht helfen. Aber eine Schuss kann die Schuss machen. Hast du eine Schuss? Nein. Hm. Hm. Wir haben noch einen Keks. Können wir Lily vielleicht nach einer Münze fragen? Nein. Warum kannst du mir nicht alleine lassen? Nein. Ich bin sorry, Lily. Aber wenn wir rauskommen, wir brauchen deine Hilfe. Und Larry's. Ich glaube, ich hätte einen Weg rausgebracht. Aber ich brauche etwas, um die Schuss auf den Luftflug. Wenn du etwas, was ich als Schuss auf dem Luftflug. Oder etwas. Nein. Was für ihn? Ich weiß, das ist ein Schuss für ihn. Aber nach dem Motorhof. Larry. Larry hat etwas gesagt, um die Schuss zu halten. In anderen Worten, mein Vater ist mehr hilfreich für dich. Wenn er hier ist, und hat die Gehe für uns rausgebracht, dann würde er es sich selbst halten? Was willst du? Meine Schuss, um die Schuss zu lösen seine Schuss? Your permission. Mach das, was du musst. Ich glaube, sie wird uns verzeihen noch irgendwie. Also, ich glaube, ich weiß, dass es das Richtige war. Ich meine, er tut mir nicht leid. Ganz ehrlich, er tut mir nicht leid. Sie tut mir leid. Ganz ehrlich. Der dominant hatte eine Schuss. Sie trees. Marii? Die Mutter. Deine Worte. Ich mache nicht die Hitze. Hier geht es. Drei kuerzer und eine Dive. Ja gut schon, tut mir schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Aber nur ein bisschen. Wirklich, also so eigentlich gar nicht. Nein, doch nicht. Eigentlich nö. Doch, vielleicht minimales Stückchen, aber mehr auch nicht. Ich meine, der Typ ist so ein Arsch gewesen. Ganz ehrlich. Nee. Und es war seine eigene Schuld. Ich weiß nicht, wie es geht. Well, da ist unsere Weg, Lee. Wir wissen nicht, wo es geht. Es sieht, dass es in die Rückseite führt wird. Ich kann herausfinden. Eieiei, Klemmenschein, pass auf dich auf, ey. Ein bisschen laut, ne? Sie hat es geschafft. Alles klar. Was zu sehen, ey. Du stinkst selber, PJ. Aber Leute, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Brauchst du noch nichts zu trinken. Trinken schon seit Ewigkeiten alle. Alter, Vater. Spiel fortsetzen. Ist hier hinter uns noch irgendwas. Die Tür, ja. Sicher ist gut. Oh, hier wurde irgendwer verschleppt, wie es so aussieht. Können wir uns nur für eins entscheiden. Ich glaube, die Sichel ist besser, oder? Ich glaube, ich werde krank sein. Oh mein Gott, was ist mit diesen Leuten? Einiges, glaube ich. Ich glaube, ich nehme den Elektroschocker, Leute. Ich glaube, das ist ein guter Plan. 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 Ich bin nicht auf. Was passiert? Lee. Ich bin nicht mehr Handy. Woher ist er? Ich weiß nicht. Ich bin nicht mehr. Er hat uns nichtgefahren. Alles klar Er hat nur seine Waffe genommen Ach come on Komm schon, das war ein fucking Elektroschocker Und ne fucking Sichel in seiner Brust And you see, you understand now don't you? You can add me It's how the world works now Get part of yourself So others can live Das ist nicht so. Du und Kenny verletzten meinen Vater, aber du verletzten diesen Scheiß lebens? Du verdammter Scheiße! Oh Gott! Hör ihn nicht! Das ist Katja! Bitte! Nein! Lilly, bitte! Hör sie sicher! Clementine darf nichts passieren. Ich hoffe Clementine hat jetzt kein falsches Bild von uns, dass wir ihren Vater... ...Theriot mitgenommen? Okay. Dass wir... ...Lillys Vater ermordet, aber den Typen da nicht ermordet haben. So Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei... ...das nächste Mal wieder. Haut rein! ... ...